Noch ein bisschen weiter, um da an der Mauer lang zu sagen und dann siehst du dann den orangenen SUV neben dieser schwarzen kleinen Hütte da. Das ist so geil gepackt, Junge. Mit Skill. Ja, ich erkenn kaum noch was, weil jetzt einfach kocht und einfach alles Pixel sind. Deine Mutter besteht auch aus Pixel. Deine Mutter ist ne Minecraft-Figure. Na klar! Also die Straße weiterlaufen. ctive. Turtle euer Achille. Der alte호mer Seiden und auch Da diskutiert Untertitel Dr ich habe steigend ab und jetzt da brennt könnte man jetzt hier wieder ich bin tot ich bin gleich an der base feiert grad blind wer feiert blind weil alles einfach nur noch grau ist ich werde beschossen dass man die fahrt finde ich auch eine coole sache dass man sich das einfach so herzaubern kann wenn du jetzt stirbst ne ich glaube ich fahr grad falsch ich bin mir mein fahrrad im see gefallen ok scheiße so ich bin an der base da drin steht ja ein suv lol ja und noch ne lkw und nen lkw und nen lader wir haben auf einer tool 3 auf 4 suvs gesehen die haben wir mitgenommen coole sache mein suv ist auch noch da ja das ist wahrscheinlich kommt ne wisst ihr noch mal den mg pick up der wurde geklaut eine stunde nach dem spiel haben wir uns wieder geholt dann wurde er wieder geklaut kommt wer von euch zur base kommt wer von euch zur base ja ich bin der ist nur wie grad ok ich brauch den dringenden platz deck ist patrick gar nicht noch da patrick ich glaub nicht so kurz essen so kurz essen äh 301 und 3 0 3 1 0 ist nicht euer was oh lol alter what the fuck ich hab mich wirklich nicht gesehen alter ja ich lebe noch ich brauch ganz irgendeine bandage du hast mich im ernst gerade überfahren oder angefahren ja ich hab 11.000 blut verloren ich wurde angefahren angefahren nicht umgefahren das ist ein großer unterschied ja das stimmt allerdings aber ich brauch jetzt trotzdem noch einen morphin und nen blutpack ich auch außer morphin ohne scheiß geht mal das krankenhaus fluten wegen euch verbrauchen wir so viele bloodpacks ja patrick der hat einfach 5 und 3 auf die Treppe runtergefallen ich hab beide gebrochen weißt du patrick und ich haben uns gestern die ganze zeit am ausloggen gehindert ging so weit dass wir uns mit den pistolen in die beine geschossen haben ich hab doch auch ne magge ja wegen euch hat ich fast mein bier verschüttelt in der säcke er hat gesagt wegen luca mit seinem scheiß SUV immer ja ja ich muss einfach links und rechts kommen wo du strafe rechts jetzt ja gut das stimmt dann muss ich dir recht geben so ich steh wieder hab trotzdem Bein im Bruch ich steh ich was ich bin der basic luca brich dich selbst zu beider da ist der der ist drin das glaub ich ihn gerne aber ich steh auf danke sehr ach hast du mir ja ne waffe mitgebracht cool luca hast du eigentlich auch die m24 mit nein die hat er nicht wieso hat er die nicht luca wieso keine ahnung wieso ja weil er achso die liegt wahrscheinlich noch in der warte ich hab selber morphin oh ich bin ohmächtig scheiße ich sag gleich zwei blattpacks ja wir brauchen zwei blattpacks das ist richtig ehh painkiller wird helfen nochmal ja painkiller brauche ich auch nochmal als Ersatz oh Mädels Alter was macht ihr ich bin übrigens auch da ich find das so herrlich da kommt's an ich guck über die straße seh nur noch anfahren denkt der fährt vorbei und bumm lag ich aufm Boden ach Patrick ich muss vor grad sagen wer ist bollchen neben mir ohhhh wer ist das hier ich bin das ich hab leider kein Gilly mehr an hey ihr schließt mich ein ne ihr schließt mich ein ich will aber ein blattpack geben ich zieh mir mal kurz das bessere an ja ich geb dir gleich alles haben wir noch skins hier ja ich hab 4 skins mitgebracht falls ich mal sterbe so du willst jetzt auch skins da oder wie ne ich hab grad nen skin gewechselt wo bist du ehh ich hab jetzt kamo kluffing an das ist doch fahrscheinlich jetzt genau dabei bist du durch die vermeiden selbe anzeige vielleicht nur vor meinem auto bist du das hier ja cool ja mach keine cool ach doch da ok ok platz ja nice hast du mir deins im rucksack getan weil ich dir geben soll mach ich gleich ah ich hab gar keinen rucksack auf warte sonst pack ich mir meinen rucksack ne ne ich hab doch hier einen drin so jetzt haben wir irgendeinen plan den wir jetzt gleich machen oder so äh was kommt wir sind jetzt noch alles da dankeschön ich geb's dir direkt mal äh du und ich mich hier auf nein ok ich Nep tü 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 tüh Tü vielesda Weil ich liebe Killis. Also ich hab mal mit Johannes, wir haben da immer Killis angezogen. Immer so als Killitypen rumgerannt, kamen so ein Helikopter an, ausgestiegen, die hatten auch alle noch Killis an. Da waren mal 5 Leute in den Killis und wussten nicht wer wer ist und konnten uns halt nicht gegen seltsam schießen. Sind wir alle wieder heimgegangen. Der Unge... Wie heißt das wieder? Unge... Ungespielt? Ungezogen? Ungezogen. Ja, ist einfach. Ich hab auch Probleme mit den Namen. Ne, der ist nicht da. Der hat aber auch kein Lesee. Genau! Achso, du hast ja gestern irgendwas gesagt und irgendwie... Ja, Johannes, der muss aber heute arbeiten. Johannes? Johannes? Johannes, hier ist mein Vater. Ja? Also heißt das, wir sind jetzt zu viert. Wir sind jetzt zu viert. Ja, wo ist Hendrik? Ja, Luca, wo ist Hendrik, hä? Ja, wir sammeln uns einfach hier mal und dann fahren wir halt irgendwo hin, keine Ahnung. Hendrik, komm gleich von hinten an, gibst dir mit der Machete. Es ist unglaublich, was ihr hier alles habt. Ey, wie lange spielt ihr eigentlich schon? Woche? Bäh! Mit dem Restart eigentlich. Davor haben wir auch schon gespielt und so weiter. Was für ein Restart? Ja, mir hat das auch ein Restart quasi. Da wurde alles zurückgesetzt komplett. Also gut, zwei Wochen sind wir jetzt dabei. Neu wieder. Ja, wieso haben wir doch nicht vier Metal Flors? Metal Flors. Habe ich mit Max heute besorgt, das ist eine Mission. Ja, sollst du doch verkaufen gehen. Keine Ahnung, Max heute hatte keine Zeit gehabt. Und die Wende können wir euch mitnehmen, die... Nein, wir wollen auch einen Camper-Turm bauen, Alter. Ach du, wo? Mann, Luca, was meinst du eigentlich? Willst du mal einen Camper-Turm eigentlich? Willst du mal einen Camper-Turm? Willst du mal einen Camper-Turm? Ja, wie gesagt. Deine Mutter geht sich auch immer gerne einen richtig geilen Durchziehen, weißt du? Da war jetzt nicht so toll die Überleitung. Doch, hab ich schon. Naja. Ach komm. Habe ich schon schlechte Rapper mit besseren Überleitung gehört. Das gibt doch auch schlechtere. Ja, das stimmt, okay. Hast du recht. Ich will nichts gesagt haben. Überzeugt, ne? Überzeugt. Abgeben. Dazu, wie nervt mich hier ein bisschen auf ihn abschießen. Ich hab ja auch keine SD. Ne, dann nicht. Ich hab keine SD. Ja, wie immer halt. Die Willing. Heil, grüß Gott. Oh, endlich meine CO war vor und ist SD, glaub ich. Die kann ich da nicht spielen. Weil ich keine Munition dafür hab. Eh, wohl nicht so bestimmt Standard SD. Ne, ich will nicht eure schöne SD-Munition aufbrauchen. Da spiele ich lieber meine Polo-Waffen. Die kann ich irgendwo hier rumlegen, glaub ich. Irgendwo hab ich schon mal hundertprozentig irgendwo noch die. Wie stimmt, wie sicher? Die kann ich schon mal hundertprozentig noch irgendwo. Die Magazine. Wo soll ich die Lapur hin verschwunden von gestern? Ich denke, normalerweise. Der Zombie greift mich nicht an. Ist das normal? Ja, klar. Ja. Wie bitte? Komm ich das zu normal? Das ist gar nicht hier. 6-9-4-9? 9-6-4-9. Ja. Glaube ich. Zum Glück hab ich meine Schlüssel hier gelassen. Ist mein Auto, wenn ich es noch Daten mache. Ja. Ähm, save. Gebe so auf. Ein Buch. Dokument. Okay. Keiner vor Ort, die save 4. Ähm, bischen auf Bugs irgendwie. Ich don't know. Ja, scheiße, ich verliegt. Soll ich hier gar keine Option mehr haben? Ach, hier oben habt ihr die ganzen Sachen etc. Wahaaannsinnn. Ich glaube, wo hast du den Typen getötet? Mitten auf dem Feld irgendwo. Oh, das ist natürlich auch ne geile Tarnung. Ich habe meine Tarnung von euch gesnackt, ok? Ich kann jetzt auch nicht mehr abschließen jetzt. Kann man eh eine selbst abschließen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich will hinge und lock safe machen. Ja, welcher Moment. Patrick macht das, wenn er da wäre. Ja, ja, ich bin da. Das Blitzy andauern, das ist voll... Uncool, das lenkt voll ab. Obwohl wir live oder wann? Ja, ja, ne. Also ich habe schönes Wetter bei mir. Ja, bei mir ist auch gerade sehr schön. Es wird Gewitter und Regen. Es wird KALT! Das ist heiß. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja. Ja.